Pätscher 2 Die Systeme fahren hoch GPS funktionsfähig Panzer ist bereit Verdammt! Ich hab diese Seite! Bereit! Ha! Achtung! Mehrere Ziele nähern sich! Mein Bein! Einen hat's erwischt! Öffne doch noch Türen! Ich mach doch mit einem Schraub! Ich brauche irgendwer! Festhalten! Entkoppne den Panzer! Abwurfzone verfehlen, Kommando! Erwarten Befehle! Das Bravo Team sitzt vor ihrer Position fest! Schwerende, schwere Beschuss, Kommando! Durchhalten! Betcher-Truck ist unterwegs! Wir müssen das Bravo Team erreichen! Nähern uns, Ihre Vorbereitung! Auf die Position, Bravo! Verstanden! Setze grün Rauch ein! Feindlicher Panzer! Durchhalten! Bereit machen zum Angriff! Wir haben Sichtkontakt, Bravo! Wir kommen auf der Party! Gibt uns später einen aus! Schreiben wir sie zurück! Die feindlichen Panzer ausscheiden! Achtung! Föderationspresse! Ziele, 12 Uhr! Feuer! Dreiziebig geraten! Geschützt bereit! Hier in der Treffer! Ziel ausgeschaltet! Wie kann man die fliegelen Helis auf dem Weg ziehen? Geschäfer! Kommando! Hilfe! Das Flugfeld ist gleich nach vorne! Auf links, Polizei! Wechseln! Feindlichen Helis zum Schauber! Ziele, 7 Uhr! Weg! Eine Rakete wird uns erfasst! Ziele, 7 Uhr! Unterwegs! Dreiziebig geraten! Erlebt! Ziele, 12 Uhr! Ziele, 12 Uhr! Ziele, 12 Uhr! Ziele, 12 Uhr! Beschuss! Beschuss! Sie nehmen unsere Position mit Mördern und dem Beschuss! Vorwärts! Los, los, los! Weiter! Vollgas! Bewegung! Kommando! Brauchen Feuerhilfe auf diese Mörder! Los, los, los! Beschuss! Los, los! Los, los! Los, los, los! Los, los! Los, los! Alles klar! Der Hauptschutzbeug ist direkt vor uns! Weiter! Durch die Mauer! Was ist das? Ziele, 9 Uhr. Vergeben der Fassung. Ausweichen. Geschützt bereit. Ziele, 4 Uhr. Unterwegs. Wir landen. Guter Schuss. Noch zwei. Treib Käfig bereit. Ziele auf 8 Uhr. Ziele, 5 Uhr. Ziele, 4 Uhr. Ziele ausgeschaltet. Panzer, rechte Seite. Unterwegs. Bereit. Panzer zur Linken. Feuer. Geschützt bereit. Ziele, 3 Uhr. Ziele, 12 Uhr. Feuer. Treib käfig die Griffe. Bereit. Verlust noch. Hälter, rechte Seite. Feuer. Geschützt bereit. Ziele, 10 Uhr. Unterwegs. Genau. Boom. Ziele, 10 Uhr. Kommando, Flugfeld gesichert. Verstanden, Badger 1-1. Vorrücken zum 4. Bataillon und dann direkt zur Echo 3-2. Primärziel unterwegs in Foxtrot 9. Ghost-Team ist unterwegs. Wiederhole. Ghosts unterwegs. Starteinrichtung voraus. Wir sichern den Kontrollraum und starten die Föderationsrakete auf. Hash Merrick hier. Wir haben Bestätigung, dass Rock in der Einrichtung ist. Aber die Rakete wird vorher gestartet. Wer geht denn? Sprengen. Sprengen. 2. Kommandos sind ins Zielgebäude eingedrungen. Rücken zur Startzentrale vor. Haben Verstanden. Zeit zum Improvisieren. Auf dein Zeichen. Kommando, Startzentrale gesichert. Kommando, Startzentrale gesichert. Merrick, Flugbahn aktualisiert. Bereiten Startfuhr. Achtung, zahlreiche V-75 Mantis-Geschütze im Gebiet. Verstanden. Bitte macht den Weg frei. Kommando, Ende. Starten wir das Ding. Kommando, Ladung ist unterwegs. Startfahr erfolgreich. Kommando bestätigt. Gute Arbeit, Junge. Hey, das ist Rok. Er ist sie. Sie überquickieren über das Bahn-System runter. Merrick, die Rakete ist raus. Abrennt die Press auf Rok. Wir holen ihn uns. Negative, Herr Hesch. Zurück zum Sammelpunkt. Wir schwilen ihn gemeinsam auf. Sorry, Merrick, we'll miss the appellate. B&E. Democent Surat, weiter jetzt! B&E. 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 Die Strafz-2, direkt voran! im zug sein bewegung Wir sind im Zug. Wir holen uns wrong. Verstanden. Ghosts haben den Sektor gesichert. Rakete ist unterwegs. Alles konzentriert sich auf das Primärziel. Die Vorhut der B-Kompanie kriegt Luftunterstützung bei der Satellitenfarm. Die Luftabwehr wird alles vom Himmel holen. Auch unsere Rakete. Unsere Pasta müssen diese Geschütze ausschalten. Kommando, wir brauchen Luftunterstützung an der Brücke. Verstanden. A7 sind unterwegs. Bewegung, Major 1. Die Brücke ist frei. Ziele, zwei Uhr. Oh, war der Land der Perfektiv. Ziele, aus. Faltlinien wurden durchbrochen. Zurück uns zum Primärziel vor. Schalten Sie alles aus, was sich bewegt? Raus! Raus! Runter von der Brücke! Die Luftabwehr muss zerstören werden, damit der Angriff direktiv ist. Verstanden, Kommando. Dreieck hemmigen durchbrechen gleich das Tor. Ziele, Fahrt hoch! Wir sind im Zielbereich. Die Geschäfte ausschalten. Geraden! Geraden! Treib Käfig geraden! Die Liste, 12 Uhr! Treib Käfig bereit! Geschütze sofort zerstören! Schalten! Panzer, vier Uhr! Unterwegs! Dreieck hemmigen an! Bereit! Panzer, hinter uns! Unterwegs! Dreikämpige Schütze ausschalten! Geht Feuer und realisieren! Dreikämpige bereit! Ziele 7 Uhr! Geschütze bereit! Lageten Erfassung! Ich bin die Überlegung! Sind getroffen! Geschütze sofort zerstört! Tore geben auf, Leid noch kampfbereit! Verlieren Hydraulikflüssigkeit, Bencher 1! Geschütze sofort zerstört! Ziele nähern sich schnell! Feuer! Feuer! Auf Teg und Tämmer und dicht hin! Bencher 2! Los! Weck da! Kampfdetektiv, Bencher 1! Wir behalten das hier! Vielfunktion der Rauchwand! Ziel hat versagt! Können noch feuern! Ziel hat ausgefallen! Weiter feuern! Beschuss! Die Geschütze sofort zerstört! Die Geschütze aushalten! Kommando Luftabwehr wurde ausgeschaltet! Der Weg für das Paket ist frei! Alle Einheiten, der Reich evakuieren! Ladung ist unterwegs zu ihrem Koordinaten! Wiederhole! Ladung ist unterwegs! Bericht! Bewegt einen Arsch, Soldat! Badger 2 ist außer Gefecht! Wiederhole! Badger 2 ist außer Gefecht! Eine der Mannschaft lebt noch! Renn weiter! Schaden Evakuierung! Auf den Panzer! Auf den Panzer! Angesichert! Bein steht elie they grab! Bein steht helikopter! Feuer auf diese Feuer taken! Heuer auf diese Feuerścią! Achtung! Einsturz! Kommando, der Komplex ist zerstört. Wiederholung zerstört! An alle Einheiten. Kommunikation getrennt. Grünes Licht für Phase 2. Wiederholung. Phase 2 freigegeben. Icarus, Butenmission erfolgreich. Sie sind blind. Beginnen Sie den Ankren. Verstanden. Zweite Stufe abgetrennt. Näher an uns Ziel. Icarus, hier Kommando. Sie sollten jetzt Sichtkontakt zur Station haben. Ziemlich groß, Kommando. Ein ganzer Ring-Föderations-Satelliten lädt gerade auf. Merrick hier. Wir halten hier unten nicht lange durch. Rein da und erledigt es. Verstanden. Gehen rein. jag landscapes In Heimel Perseiden Vielen Dank.